Hallo meine Lieben, endlich ist es an der Zeit, die erste Aussaat zu tätigen. Ich habe mir ein paar Utensilien schon bereit gelegt und zwar sind das einmal solche Plastikverpackungen. Ihr kennt sie wahrscheinlich, wenn ihr mal in den Supermarkt einkaufen geht. Da sind so Himbeeren, also Beeren eingepackt oder Blaubeeren. Die sind immer ganz praktisch für die Aussaat, um die vorzuziehen. Genau, ihr hört richtig. Ich habe festgestellt, wenn ich meine Aussaat vorziehe, die dann in die Erde tut, dann geht es etwas schneller. Genau, da habe ich mir jetzt, wie gesagt, erstmal solche ein paar von diesen Behältern besorgt. Wer die nicht hat, ihr könnt auch eine ganz normale Dose nehmen und wenn da kein Deckel ist, dann nehmt ihr einfach Frischhaltefolie, macht das oben drüber und das wieder mit einem Band oben drüber machen, damit es nicht abfällt. Dazu müsst ihr aber ein paar Löcher oben machen, weil bei denen ist ja überall so ein bisschen Löcher dran. Und wenn ihr aber keine Löcher habt in diesen Behältern, dann müsst ihr auch, was ganz wichtig ist, einmal am Tag lüften, weil damit die Saat dann auch nicht anfängt zu schimmeln. Weil durch die Feuchtigkeit kann sowas ganz schnell passieren. Und dann müsst ihr auch immer darauf achten, dass das Krepp, gleich wenn wir loslegen, auch immer feucht ist. Ich meine, bei diesen extra, wo die Löcher drin sind, das trocknet ja auch aus. Und dann müsst ihr, wie gesagt, darauf achten, dass es immer feucht bleibt, damit die Saat auch wirklich dann aufgehen kann. Genau, wie gesagt, dazu zu den Behältern, dann habe ich mir so ein Malerkrepp. Da würde ich nachher die Sorten, die ich dann hier habe, von den Saaten raufschreiben, damit ich natürlich auch weiß, was ich für eine Saat habe. Genau, das habe ich mir in Kuli. Dann habe ich natürlich eine Rolle Küchenrolle. Die brauche ich gleich, nicht zu vergessen, meine Saatbox. Ich brauche aber natürlich nicht alles. Und was ich jetzt vergessen habe, eine Sprühflasche. Die hole ich gleich auch. Also ich habe mir, es gibt natürlich so Sprühflaschen, leere einfach zu kaufen. Aber wenn ihr jetzt, sage ich mal, irgendein, als Beispiel ein Glas, Glaspüler habt, oder ne? Ja, ein Glas, Glaspüler habt. Und der ist leer, dann macht ihr mal ganz oft sauber mit warmem Wasser so ein bisschen, sodass da wirklich dieses, was da drin war, diese Flüssigkeit nicht mehr drin ist. Sondern, dass ihr nachher einfach euer warmes Wasser, wichtig, warmes Wasser einfüllen könnt. Und dann ist es auch Wasser und nichts anderes. Was ihr auch machen könnt, was ich auch ganz gerne mache, ich koche mir entweder Kamillentee oder Brennnesselentee, weil das soll ja auch die Saat, sage ich mal, so ein bisschen kräftigen. Ob das jetzt so ist oder nicht so ist, lassen wir das so stehen. Aber ich mache das immer ganz gerne. Entweder Kamillentee oder Brennnesselentee, je nachdem. Ich nehme ganz gerne Brennnesseln, glaube ich, wenn ich es habe. Aber habe ich. Genau, einmal aufkochen, abkühlen lassen, sodass es lauwarm ist. Sprühflasche und besprüht es. Oder ihr tut die Saat einfach in so ein kleines Gläschen rein, macht dann den Tee rein und lasst es ein bisschen einfach stehen. Am besten, ja, am besten entweder einen halben Tag oder einen ganzen Tag. Ansonsten will ich euch mal sagen, was ich persönlich jetzt aussehe und was ihr allgemein aussehen könnt im Januar. Achso, ich habe ein paar, zumindest bei den Paprikas, ein paar Sorten, die habe ich mir einfach mal im Supermarkt mal gekauft und so eine Paprika und mir die Saat entnommen. Weil ich mache ab und zu mal so Experimente und gucke mal, wie sie so werden. Das ist eine davon, die Saat. Das ist so eine ganz normale Bio-Paprika, die ihr so im Supermarkt findet. Genau, da habe ich jetzt die Saat rausgenommen, die wollte ich jetzt aussehen. Dann habe ich eine gelbe Spitzpaprika. Das wären so jetzt meine Versuchspaprikas. Mal gucken, ob das, weil manchmal sagt man, dass die alle ja gekreuzten sind. Sind das ja auch. Genau, aber zwischendurch probiere ich trotzdem mal aus. Und dann habe ich mir so eine Spitzpaprika in gelb geholt. Und mal gucken. Das werden wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich gelbe Chilis sein. Aber ich bin gespannt. Genau, die sehe ich einmal aus. Dann habe ich noch so eine Snack-Paprika. Die sind etwas kleiner. Die schmecken auch sehr gut. Also ich habe sonst auch Orangene auch mal gehabt. Das wären die sind, da habe ich nicht so viel Saat. Die möchte ich einmal noch aussehen. Und dann möchte ich eine Bullhorn-Paprika aussehen. Die ist zumindest sehr gut. Also wir mögen sie sehr gerne, diese Bullhorn-Paprikas. Die sehe ich auch aus. Ihr könnt natürlich auch Aubergine schon aussehen, weil das sind Paprika, Aubergine und auch ein paar andere Gewächse. Die brauchen immer ein bisschen länger. Und deswegen sieht man die auch schon im Januar aus. Und so die anderen, so wie Kohlrabi und sowas, das sehe ich immer meistens Mitte Februar aus, so ungefähr. Mitte, Ende Februar. Die brauchen dann nicht ganz so lange wie diese Kandidaten. Ich allerdings möchte mir keine Aubergine dieses Jahr vorziehen. Ich habe mir letztes Jahr schon eine Pflanze gekauft. Und ich fand sie sehr gut. Und dann habe ich gedacht, ich werde sie dieses Jahr auch wieder kaufen. Genau. Weil vor zwei Jahren habe ich mir sowieso alles selber gezogen. Und da fand ich irgendwie, sie hat sehr, sehr lang gedauert und gemickelt hat sie. Und dann, wo es dann soweit war, habe ich sie dann ausgepflanzt ins Hochbeet. Und sie hatte ständig irgendwas irgendwie gehabt. Ich weiß auch nicht. Also ich war da nicht so zufrieden. Also wie gesagt, auch wir Gärtner, Hobbygärtner, auch wir haben nicht immer super tolle Pflanzen, wo man immer die Garantie hat, dass sie immer was wird. Nein, natürlich nicht. Auch wenn es alle sagen, kann ich nur für mich sprechen. Es gibt immer irgendwas, was mir nicht klappt. Jedes Jahr ist unterschiedlich. Und wie gesagt, die Aubergine wollte einfach nicht. Und deswegen hatte ich mir sie letztes Jahr einfach als Pflanze gekauft. Ihr müsst ihr auch nicht vorziehen. Ihr könnt euch auch ganz normal die Pflanzen kaufen. Dann könnt ihr natürlich auch die für Salis aussehen. Oder die Andersbeeren. Das ist auch so eine Sache. Entweder sie kommt gut oder gar nicht. Meine Kollegin sagt immer, sie braucht sie gar nicht aussehen. Sie kommt von alleine. Wie Unkraut so ungefähr. Ich habe sie schon ein paar Mal ausgesät. Und sie wollte einfach nicht. Mal gucken. Das wäre jetzt Versuch Nummer 3. Mal schauen, ob sie es wird dieses Jahr. Genau, die sehe ich aber aus. Genau, das war es auch. Also wie gesagt, Paprikas habe ich jetzt. Dann die für Salis. Chilis. Könnt ihr jede. Es gibt ja so viele verschiedene Chilisorten. Und Paprikasorten. Das könnt ihr alles aussehen. Weil das braucht alles ein bisschen länger. So, ich habe jetzt übrigens diesen Brennnessel-Tee gekocht und abkühlen lassen. Jetzt kommt es hier rein. Ich hoffe, ohne Leckereien. Als erstes braucht ihr natürlich eine Küchenrolle. Die werde ich einmal halbieren. Die ist mir viel zu groß. Ich tue sie einfach hier so rein. Dann sprüht ihr einmal die an. Damit sie auch nass ist. Also eigentlich nichts Weltbewegendes. Richtig schön nass machen. Dann nehmt ihr Saat euer Wahl. Bei mir ist es jetzt die Paprika. Rot. Die Bio-Paprika aus dem Supermarkt. Ich tue jetzt auch nicht alles rein. Also ich meine, so viel Paprikapflanzen brauche ich auch nicht. Ich tue da jetzt von jeder vier. Von jeder vier Sorten. Falls eine immer nicht keimt, habe ich dann immer noch drei. Genau, das mache ich hier rein. Ich mache auch jede Sorte so eine Reihe. Und dann mache ich oben halt die Beschriftung. Weil wie gesagt, für vier Saat brauche ich nicht extra so ein Behälter komplett. Übrigens, es ist auch nicht wichtig, dass die Saat jetzt Licht braucht. Das wichtigste, was die Saat jetzt braucht, ist einfach Wärme an einem warmen Ort. Bei mir ist es einfach, da ich überall Fußbodenheizung habe, ich stelle sie einfach auf den Fußboden. So, was hatte ich gesagt? Paprika-Rot-Bio. So, dann ist es auch fertig. Guckt mal. Ich habe jetzt meine Aussaten fertig. Die für Saalis hier eine Seite, muss ich den Platz teilen. Dann kommt da jetzt wieder ein Crepe drauf. Na, ist egal. Es wird schon langsam feucht durch die Flussigkeit von innen. Trotzdem sprühe ich es nochmal an. Nochmal richtig schön nass machen. Dann kommt jetzt nur noch der Deckel drauf. Wie so ein kleines Gewächskäuschen. Und dann lasst du die für ein paar Tage einfach auf einem warmen Platz. Und dann gucken wir mal, ob da was gekeimt ist. Aber ich gehe davon aus. Ja, und so mache ich es jetzt immer mit meiner Saat so, dass ich sie vorkeime. Und dann sehe ich ja, was gekeimt ist. Und das kommt dann in die Erde und kann dann wachsen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde einen Daumen nach oben oder einen Like sehr freuen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir.